Ja Hallöchen meine Lieben, in Pokémon Karmisin und Purpo startet Freitag am 07.07. um 1 Uhr das Fenixis Raid Event und geht bis am Montag am 10.07. um 0.59 Uhr. Fenixis kann normalerweise nicht in der Paldea Region angetroffen werden. In den Raids wird es den Terrortypen Fee haben und das Titan abzeichnen. Fenixis kann pro Account nur einmal gefangen werden. Gegen das Kämpfen und die Belohnung abholen kann man aber mehrmals. Außerdem wird es Freitag am 14.07. um 1 Uhr nochmal in einem Raid Event erscheinen und bis Montag am 17.07. bleiben um 0.59 Uhr. Um am Event teilzunehmen braucht ihr keine Nintendo Online Mitgliedschaft, nur eine Internetverbindung. Stauken könnt ihr das Event übers Menü im Game. Geht dort einfach auf Poképortal, dann ganz runter auf Geheimgeschenk und dann auf Poképortal News Empfangen. Danach könnt ihr am Event teilnehmen. Ja das war es dann auch schon wieder mit dem Video. Macht's gut und Paris Athen. Auf Wiedersehen.